Die Drechselmayr Group steht seit Generationen für automobile Innovationen. Mit Drechselmayr Green Logistics schaffen wir es, Komplexität zu beherrschen, dabei Gewicht zu minimieren und den CO2-Ausstoss zu senken. Unser Produktionsnetzwerk orientiert sich stets an unseren Kunden. Wir selbst bevorzugen Lieferanten in unmittelbarer Nähe und prüfen auch deren Umweltmanagement. Um Ressourcen zu schonen, fördern wir innovative Transportlösungen und alternative Antriebstechniken. 3D-basierte Ladeoptimierung, langlebige Mehrwegverpackungen und faltbare Lösungen aus nachwachsenden Rohstoffen helfen uns dabei, Verpackungsmaterial und Transportvolumen zu minimieren. Wir haben permanent innovative Prototypen im Testeinsatz. Die werksübergreifende Synchronisierung der Anlieferungen und die zentrale Leergutversorgung sorgt für eine optimale LKW-Auslastung. Unser vollautomatisches Hochregallager des Distributionszentrums verfügt über eine intelligente Energierückgewinnung bei den Brems- und Senkvorgängen. Ein durch Drechselmayr initiiertes Projekt optimiert die Roll-on-Roll-off-Verschiffung. Wir unterstützen unsere Mitarbeiter aktiv beim Umweltmanagement. Mit Drechselmayr Green Logistics schaffen wir nachhaltigere Lösungen für die internationale automobile Zukunft. Drechselmayr 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 Vielen Dank.